Fifty Languages Fifty-Four Vierundfünfzig Shopping Einkaufen Einkaufen I want to buy a present. Ich möchte ein Geschenk kaufen. Ich möchte ein Geschenk kaufen. But nothing too expensive. Aber nichts allzu teures. Maybe a handbag. Vielleicht eine Handtasche. Vielleicht eine Handtasche? Which color would you like? Welche Farbe möchten Sie? Black, brown or white. Schwarz, braun oder weiß. Schwarz, braun oder weiß. A large one or a small one. Eine große oder eine kleine? Eine große oder eine kleine? May I see this one, please? Darf ich diese mal sehen? Darf ich diese mal sehen? Is it made of leather? Ist die aus Leder? Ist die aus Leder? Or is it made of plastic? Oder ist die aus Kunststoff? Oder ist die aus Kunststoff? Of leather, of course. Aus Leder natürlich. Aus Leder natürlich. This is very good quality. Das ist eine besonders gute Qualität. Das ist eine besonders gute Qualität. And the bag is really very reasonable. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. I like it. Die gefällt mir. Die gefällt mir. I'll take it. Die nehme ich. Die nehme ich. Can I exchange it if needed? Kann ich die eventuell umtauschen? Kann ich die eventuell umtauschen? Of course. Selbstverständlich. Wir packen sie als Geschenk ein. Wir packen sie als Geschenk ein. The cashier is over there. Dort drüben ist die Kasse. Dort drüben ist die Kasse. Das ist die Kasse. Wir packen sie als Geschenk ein. Das ist die Kasse.